Miss Elizabeth, es kam gerade mit der Post ein Brief für Sie. Eine Fahrkarte? Ah, Coal Valley. Überall im Westen leben auch Indianer. Genug ist das wahr, was Sie sagen. Aber der Ausbildung nach sind diese Gefahren tatsächlich real. Tante Elizabeth? Als ich in Pine Springs aus dem Zug stieg, wurde ich von einem kleinen, etwas altklugen Mädchen namens Pearly begrüßt. Zusammen mit ihrem Vater, Mr. Leverly. Ich sehe Sie morgen in der Schule, Frau Lehrerin. Ich freue mich auch, Pearly. Sie war eine Lehrerin. Du könntest keine Woche ohne den üblichen Komfort leben. Verbringe mal die ganze nächste Woche in der alten Gärtnerhütte. Schlafe dort und koche dein eigenes Essen. Wasch deine Wäsche völlig ohne Hilfe des Personals. Also, Tante. Jetzt sind es nur noch wir beide. Mein Name ist Elizabeth Thatcher. Ist bei Ihnen alles okay? Wir nehmen das bitte. Damit kannst du dich im Westen bewegen. Wir fänden es doch wieder nach Hause. Ich... Ich gebe Ihnen alles okay?